Hallo, moin moin und herzlich willkommen Freunde der neunten Kunst. Heute habe ich ein Abschlussband einer kleinen Reihe für euch dabei. Und wie mir der Abschlussband oder auch die gesamte Reihe gefallen hat und vor allem ob der das Potenzial vom Spannungsfaktor hat, dass man an den Nägeln kauen muss, das zeige ich euch wie immer nach dem Intro und wünsche euch viel Spaß. Und um diesen Titel geht es heute, Nailbiter Band Nummer 3 oder auch die sogenannte Murder Edition Volume 3. Gerade frisch erschienen beim Skinless Crow Verlag. Der hat mir den auch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, damit ich euch den hier einmal zeigen und vorstellen kann. Ja und dieser dritte Band hier, der schließt diese Reihe rund um den sogenannten Nailbiter, um den Ort Baccaroo und seine berüchtigten und berühmten Serienkiller ab. Und ja, der Band selber hat 200, jetzt lasst mich gerade gucken, 276 Seiten, liegt bei einem Preis von 39,50 Euro und ist limitiert auf 444 Exemplare wie immer. Hardcover, klein aber fein. Und ja, vom Cover her finde ich, ist das mal wieder mega gut gelungen. Passt sich sehr gut zu Volume 1 und Volume 2 an. Also die kann man sich auch wunderschön ins Regal reinstellen. Kreiert wurde diese ganze Reihe von Joshua Williamson und Mike Henderson. Und ja, wie hat mir jetzt abschließend hier dieser Band gefallen? Also wir sind hier immer noch in Baccaroo. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, 16 der bekanntesten Serienkiller sind dort irgendwie, stammen von diesem Ort irgendwie weg. Und wir hatten verschiedene Personen, die versucht haben, diesem Mysterium, warum das denn der Fall ist, auf die Spur zu kommen. Und zwar ist das einmal Agent Fincher und Sheriff Crane. Die versuchen seit Band 1 irgendwie an dieses Geheimnis ranzukommen. Der berühmteste und berüchtigste Serienkiller hier ist der sogenannte Nailbiter. Mit denen hat auch Sheriff Crane eine, ja, spezielle Vergangenheit. Und zwar, und jetzt gehe ich ein bisschen auf die Story von 1 und 2 kurz mal drauf ein, hat sie ein Kind, eine Tochter, die Alice heißt, zusammen mit ihm. Von der wusste er bis vor kurzem nichts. Hier in diesem Band haben Alice und er aber dann auch wirklich mal die Zeit, sich kennenzulernen. Und ja, wer weiß, wer hier auch vielleicht wen so ein bisschen versucht zu beeinflussen. Nebenbei passieren wieder ganz, ganz viele Morde. Man merkt, dass im Hintergrund irgendetwas immer wieder versucht, dass unsere Protagonisten hier nicht an des Rätsels Lösungen kommen. Und ja, so viel kann ich sagen. Natürlich klärt dieser Band das hier am Ende auf. Viel mehr kann und möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf das Gesamtfazit dieser Reihe einfach ein. Also mir hat Nailbiter von Band 1 bis 3 sehr gut gefallen. Von der Spannung her, wie die aufgebaut wurde, es passiert immer wieder was. Man hat im Grunde genommen hier nie wirklich irgendwie einen Leerlauf. Man könnte jetzt der Handlung so ein bisschen vorwerfen. Immer wenn unsere Protagonisten dabei sind, die quasi die Lösung zu finden, dann wirft immer wieder die Story irgendwas rein, damit sie es halt nicht tun. Ja, ist so. Man hätte da auch sagen können, wow, das hätte man ja schon längst da und da dann aufklären können. Ja, aber ich finde dadurch hat man nie Leerlauf. Es geht immer weiter. Es bleibt immer spannend. Hat mir das Ende dieser Reihe hier gefallen? Jein. Also ich persönlich hatte so das Gefühl, ich bin sehr gut hier in den dritten Band reingekommen. War also sofort wieder drin, hatte irgendwie instant einen Anschluss und hatte überhaupt keine Probleme, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, ich muss jetzt unbedingt nochmal 1 und 2 rereaden, sondern man ist irgendwie drin und die Entwicklungen gehen weiter voran und es ist blutig und spannend. Und es ist aber auch irgendwie so ein bisschen überhetzt, fand ich. Also die Aufklärung nachher, warum 16 der bekanntesten Serienmörder aus Buckaroo, Oregon da kommen, ja, das ist irgendwie, also das hat mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gehauen. Also es ist zwar, es ist eine Auflösung, ja, aber so ganz angetan war ich, war ich davon nicht. Ich hätte irgendwie gedacht, es hätte noch vielleicht so andere Gründe, aber ja, das Ende wird bei jedem, glaube ich, auch wieder ein bisschen anders ausfallen. Der eine oder andere sagt, ja gut, come on, was hier alle passiert ist, das passt da schon zu. Der andere sagt dann vielleicht so, ah, nee, hm. Ich persönlich finde, es ist hier so ein Mittelweg gesucht worden und auch den hat man auch gefunden. Der hat mich jetzt nicht total enttäuscht, aber es war irgendwie, es war irgendwie so überhastet. Es hat sich nicht so ganz so, äh, ja, nicht ganz so, ganz so, ganz so gut irgendwie so mit eingefügt am Ende. Und wiederum, wenn man dann nochmal aufs Ende Ende schielt, das fand ich dann wiederum schon wieder ganz spannend irgendwie. Also ihr merkt, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt, ne, aber die Gesamtreihe kann ich nur empfehlen, die unterhält. Und ihr wisst es genauso wie ich, ein passables oder sehr, sehr gutes Ende irgendwie grundsätzlich auch zu finden, das ist nicht einfach, ne. Also das hat man bei ganz, ganz vielen Reihen so. Und, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, wie gesagt, schlecht war, aber für mich ein bisschen überhastet. Und, ähm, ja, so als ob man so gesagt hätte, komm, wir wählen jetzt einfach das Ende. Und, äh, so fertig. Ähm, aber, äh, hat mir Spaß gemacht. Und ich fand wirklich das Ende Ende hier dann wieder eigentlich so, so gut gemacht, dass ich am liebsten weiterlesen wollte schon wieder. Also ich hab gedacht, so, jetzt, jetzt, next one, next step. Also, und was kann man dann mehr von einem Abschlussband erwarten, als dass ich sage, hey, ich würde ganz gerne weiterlesen. Ja, das, äh, erst mal so zu der Story und zu meiner Meinung dazu. Bei den Zeichnungen von, ähm, Mark Henderson gucken wir gerade einmal rein. Die sind nach wie vor auch genauso wie in Band 1 und 2 gleich geblieben. Fand ich sehr, sehr toll. Sind auch sehr, sehr explizit und sehr, sehr blutig, äh, hier mal wieder mit drin. Also auch das Finale geizt nicht mit, äh, ja, mit Spannung, wie gesagt, mit, mit dem Nailbiter, ne, und mit Warren hier. Ja, das ist wirklich, äh, auch die Aufklärung, warum er so ein bisschen besonders ist, äh, von, von diesen ganzen Serienkillern. Gut, das fand ich gar nicht mal so schlecht. Äh, wiederum fand ich so ein bisschen so den, den Wandel, den er eigentlich so vollzogen hat und der dann nachher hier in diesem Band wieder ist, so wo ich denke, na, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so immer so krass, so sprunghaft irgendwie ist, ne, auch hier wieder, wir haben Rückblenden in die Vergangenheit, hier mit Schwarz-Weiß, ne, und dann sind wir wieder hier in der Gegenwart, wo wir das dann schön koloriert haben. Also ihr könnt sehen, äh, da wartet noch so einiges auf einen, ne, und hier auch nochmal abschließend, natürlich haben wir hier jemanden am Fingernägelkauen und der genießt das richtig. Also, es ist cool und mit dem Band werdet ihr auch euren Spaß haben, wenn ihr die anderen auch schon mochtet, genau. Seien noch dazu gesagt, das hier ist im Grunde genommen das Ende dieser normalen Nailbiter-Reihe. Es gibt aber auch noch eine Fortsetzung und zwar Nailbiter Returns. Ähm, das ist eine Reihe, die aus zehn Issues besteht und ich meine so um Ende, Anfang irgendwie 2020 bis 2021 irgendwie dann lief. Ähm, ich hab mich mal schlau gemacht beim Tom von Skinless Grove Verlag, der hat mir mitgeteilt, äh, man hat noch vor, das irgendwann wohl mal rauszubringen. Er konnte aber nicht genau sagen, wann. Man hat genug Sachen gerade in der Pipeline und, äh, aber man hat immer noch das Ziel auch, das Returns irgendwann mal auf den Markt zu bringen. Also von daher, für alle, die dann doch noch mehr schreien, so wie ich das am Ende dann doch auch hier getan habe, weil ich so dachte, ach ja, irgendwie, irgendwie hat die Spannung ja echt immer ganz gut gekickt. Der kann sich dann vielleicht dann in zwei, drei Jahren irgendwie dann auf Returns, dann auf Deutsch auch noch freuen und für alle, die es nicht abwarten können, die gucken dann vielleicht im englischen Original nach der Fortsetzung, genau. Ja, also Nailbiter, eine spannende Reihe. Ich kann sie nur empfehlen. Wie gesagt, lasst euch jetzt nicht von meiner Meinung zum Ende abschrecken, weil ich möchte ganz gern eure Meinung zum Ende einmal hören. Dann wart ihr überrascht, wart ihr schockiert, wart ihr enttäuscht. Bitte unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr hier Band 3 schon gelesen habt. Das würde mich mega freuen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns bei einem der nächsten Comic Reviews. Macht's gut. Haut rein, euer Ingo. Ciao. 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 Vielen Dank.